Hallo, ich habe heute für euch den 50 Random Things About Me Tag und ich wurde von Pitch Galore getaggt und ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich werde jetzt einfach mit euch anfangen und den Tag machen und wenn ihr auch einen 50 Random Things About Me Tag macht, dann könnt ihr mir den ja als Videoantwort hier unten unter das Video posten und ich freue mich über jede Videoantwort, die ich bekomme. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns am Ende nochmal. Okay, Fakt Nummer 1. Ich habe normalerweise dunkelblonde Haare, aber ich habe sie mir jetzt viel heller gefärbt, weil ich nicht brünett werden wollte. Also meine Haare sind immer so abgestuft. Ich war früher stroblond und jetzt bin ich aschblond gewesen, aber nicht aschblond, aschblond. Und ja, jetzt habe ich sie mir heller gefärbt und jetzt sehen sie so aus. Fakt Nummer 2. Ich liebe Brokkoli über alles. Egal ob gefroren oder frisch gekocht, festgemacht, alles. Ich liebe Brokkoli über alles. Also mit Brokkoli könnt ihr mir immer so eine Freude machen, auch wenn das jetzt total bescheuert klingt. Ich liebe Brokkoli. Fakt Nummer 3. Ich werde sehr, sehr schnell eifersüchtig und man kann mich ziemlich leicht damit provozieren. Ich hasse Warten über alles. Ich bin 1,76 Meter groß und ich soll noch wachsen, sodass ich ungefähr 1,80 Meter groß werde, was für ein Mädchen in meinem Alter schon recht groß ist. Ich bin sehr, 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 sehr tollpatschig. Ich mache Fettnäpfchen-Wetthüpfen den ganzen Tag lang. Ich trete von einem Fettnäpfchen ins andere und ich blamiere mich am laufenden Band. Also ich bin so eine der sehr tollpatschigsten Personen überhaupt und ich finde aber, das macht mich sympathischer. Ich bin ein sehr, sehr unpünktlicher Mensch. Also wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann plane ich für mich immer so 10 Minuten vor dem eigentlichen Zeitpunkt fertig zu sein, sodass wenn doch noch was dazwischen kommt, dass ich dann pünktlich bin, war ich wirklich so unpünktlich. Ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Ich bin Forever Alone und wenn du auch Forever Alone bist, dann können wir beide Together Alone sein. Mein Lieblingsgetränk bei Starbucks ist der Vanilla Latte. Oh mein Gott, er ist so lecker. Also wirklich, ich würde sterben für den Vanilla Latte. Und er hat nicht so viele Kalorien wie so ein Frappuccino oder so. Und jedes Mal, wenn ich zu Starbucks gehe, hole ich mir meinen Vanilla Latte. Ich bin süchtig nach Erdbeeren und Blaubeeren, denn die beiden Sachen sind so meine liebsten Snacks. Also wer mich auf Instagram followt oder wer mein Anhänger ist, der weiß, dass ich mindestens einmal in der Woche ein Bild poste, wo Erdbeeren und Blaubeeren in einer Schüssel liegen. Und die esse ich dann halt lieber als Chips oder so, weil ich einfach süchtig nach Erdbeeren und Blaubeeren bin. Und das ein Fakt über mich ist. Ich habe im August 2012 mein allererstes YouTube-Video, die Do-It-Yourself-Herbstanbänder, hochgeladen. Das heißt, ich habe dieses Jahr im August mein Einjähriges auf YouTube. Ein weiterer Fakt über mich ist, dass man mich sehr, sehr, sehr schnell verarschen kann. Ich falle auf jeden Scheiß rein, wenn mir irgendjemand irgendwas erzählt. Und dann sage ich so, wow, nicht ernsthaft, stimmt das? Und alle so, ja, Maike, geh mal da hin und frag nach. Wir haben keine Schule, bla, bla, bla. Und wisst ihr, ich bin dann auch noch so doof und laufe da hin. Und irgendwann sagen die so, du weißt, dass wir dich nur verarscht haben. Und ich so, dann hasse ich diese Leute für einen kurzen Moment und dann ist wieder alles gut. Aber ich schwöre, man kann mich so einfach verarschen. Das ist nicht mehr normal. Ich bin süchtig nach Primark, seit ich das erste Mal im Primark war. Also ich bin so geflasht. Ich war ja beim Primark und ich bin da voll im Himmel gewesen. Und ich habe so viel gekauft. Und ich würde am liebsten jederzeit wieder zu Primark. Also ein Fakt über mich ist auf jeden Fall, dass ich Primark liebe. Also Primark, du kannst das nicht sehen, aber dieses Herz ist nur für dich. Ein leider sehr bitterer Fakt ist auch, dass ich mich immer in den Falschen verliebe. Meine beiden Glückszahlen sind 10 und 3. Was mysteriöserweise vielleicht damit zu tun haben könnte, dass ich am 10.3. geboren bin. Aber auch unabhängig von meinem Geburtsdatum haben mir diese zwei Zahlen eigentlich immer relativ viel Glück gebracht. Also sind 10 und 3 meine Glückszahlen. Ich hasse Rosenkohl. Ich glaube an ein Happy End nicht nur in Filmen, sondern auch im echten Leben. Ich kann gut lügen. Ich bin vom Sternzeichen Fische. Ich belabere die Leute in meinem Umfeld so lange, bis ich sie weichgekocht habe und meinen Willen bekomme. Ich bin eine Perfektionistin im vollen Maße. Ich habe Angst vorm Flugzeugfliegen, obwohl ich jedes Jahr dreimal in Urlaub fliege. Frag mich nicht warum, ich bin ein Schisser. Ich bin das größte Weichei dieses Planeten. Ich kann keine Horrorfilme gucken. Ich habe so Angst vor Horrorfilmen. Ich bekomme Verfolgungswahn. Ich bekomme Albträume. Also in dem Moment, wo ich den Film gucke, ist es noch nicht so schlimm. Aber wenn ich dann nachts in meinem Bett liege, höre ich irgendwelche Geräusche. Und ich habe dann immer Angst, dass mich irgendjemand oder irgendetwas holen kann. Dementsprechend habe ich auch Angst im Dunkeln. Ich esse mein Popcorn lieber salzig als süß, was vielleicht daran liegen mag, dass ich so oft in die Türkei geflogen bin und die dort in den Hotels eher salziges Popcorn anbieten. Wenn ich lange Wege alleine irgendwo lang gehe, dann stelle ich mir immer vor, dass sie so ein riesiger Catwalk werden wie bei Germany's Next Topmodel. Und manchmal, wenn keiner hinguckt, gehe ich dann so richtig übertrieben und pose und denke so, ja, ich bin voll das Topmodel. Und dann werde ich wieder so zur Realität zurückgeholt und ich bin kein Topmodel. Aber das ist so eine Sache, die ich mir voll angewöhnt habe und das mache ich nicht mal extra. Also ich gehe diesen Weg entlang und dann gehe ich schon so, oh yeah, was geht ab? Ja, und das ist so voll die Eigenart von mir, voll komisch. Aber ich weiß auch, dass das richtig viele machen. Ich hatte vier Jahre lang Lateinunterricht und ich kann kein einziges Wort. Ich kann, doch, ich kann schon Wörter, aber ich kann keine zusammenhängenden Sätze bilden. Ich kann vielleicht sagen, ja, Sklave, hier, hol mein Essen oder sowas, aber sonst gar nichts, geht gar nicht. Also ich habe so viel Latein gehabt und dafür, dass ich gar nichts mehr kann, ist das schon echt voll die Härte. Ich hätte lieber grüne Augen. Also ich habe blaue Augen und ich würde mir wünschen, grüne Augen zu haben. Ich habe extreme Angst vor Aufzügen. Ich kann euch nicht sagen, woher es kommt. Ich habe als Kind mal so einen Film geguckt, da waren so zwei Kinder mit einer Hexe in einem Aufzug und die sind so hochgefahren und dann sind die so in den Himmel geflogen. Aber es war nicht mal ein Horrorfilm. Also das war so voll das Happy End. Die sind dann woanders hingeflogen und seit diesem Film habe ich tierische Angst vor Aufzügen. Also ich habe auch Angst, dass ich nicht mehr da rauskomme und dass der so abstürzt und das ist total schlimm. Also Aufzüge gehen bei mir. Eine Sache, die ich wirklich hasse, ist, wenn ich auf YouTube irgendwie eine unbekannte Band gefunden habe und ich gucke mir so die Lieder von denen an und denke so, boah, die sind richtig gut und kein anderer kennt die und ich höre die nonstop rauf und runter und irgendwann kann ich das Lied oder die Lieder nicht mehr hören und ich schließe sozusagen mit dieser Band ab und dann zwei Wochen später kommt dann bei Viva Top 100 oder so, dass diese Band gerade in den Top 5 ist und wirklich jeder dieses Lied hört. Jeder postet dieses Lied auf Facebook und jeder singt mir das in die Ohren und ich denke mir so, Leute, ich kannte das schon und ich kann es nicht mehr hören. Und das regt mich so auf, wenn mich dieses Lied dann überall, wo ich bin, verfolgt. Also das ist voll schlimm. Ein weiterer Fakt ist, dass ich bei traurigen Filmen nicht weinen kann. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, wenn andere Leute neben mir sitzen und weinen. Ich habe von Natur aus leider keine glatten Haare. Ich merke mir die sinnlosesten Dinge. Eine Sache, die ich wirklich sehr, 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 sehr nicht mag bzw. hasse, ist, wenn Leute beim Essen schmatzen. Wenn die so essen, so... Meine Lieblings-Youtuber und Vorbilder sind MacBurby07, Michelle Phan und StilaBab09. Ich liebe diese drei. Sie machen unglaublich tolle Videos und sie inspirieren mich so sehr bei meinen Videos. Also ich liebe die und ich bin so froh, dass es diese drei Menschen auf YouTube gibt. Meine Lieblingsbands sind Cascade, Imagine Dragons und Marina and the Diamonds. Und ich verliere immer Dinge, ob es Schlüssel sind, Regenschirme, Schals. Ich schaffe es wirklich alles zu verlieren. Ich liebe Tiere und ich hätte sehr gerne einen Hund, aber meine Mutter ist momentan noch dagegen. Aber man kann sie ja noch überreden. Mein Lieblingswort ist Schnieke. Meine YouTube-Buddies sind Obacht, Peach Galore, Lucy Redhead, Nina's Beauty Place One und Davy X 21. Mit sieben habe ich meine Badehose im Meer verloren und das war sehr, sehr, sehr peinlich. Oh mein Gott, ich war früher so ein Hardcore-S5-Fan, das könnt ihr mir nicht glauben. Ich habe das ganze Jahr über dicke, warme Winterbettwäsche in meinem Bett liegen, egal wie heiß es ist. Und ich habe früher unendlich viele Stofftiere gesammelt. Und immer, wenn ich ein neues Stofftier dazu bekommen habe, habe ich ihm einen Namen gegeben. Und allen anderen Stofftieren, die ich hatte, habe ich dann mein neues Stofftier vorgestellt, sodass wir alle eine große Stofftier-Familie waren und uns richtig lieb hatten. Ich kann nicht ernst bleiben, wenn ich YouTube-Videos filme. Ich könnte den ganzen Tag inspirierende Bilder bei WeHardIt gucken. Das machst du immer. Immer. Ich mache mir, wenn ich Videos mache, wo ich weiß, dass ich Voice-Over mache und den Ton rauspacke, mache ich immer Musik an und dann mache ich so Yeah. Und dann dance ich so ab und mache den Taucher und den Disco-Fever-Typen. Und immer, wenn so traurige Filme irgendwie im Fernsehen kommen oder so und alle um mich rum am Weinen sind, dann bin ich meistens diejenige, die diese Leute auslacht, weil die so Memmen sind, dass sie weinen. Und der letzte und 50. Fakt ist, dass ich meine Pixies liebe. Und ich danke euch einfach für alles, was ihr für mich tut, wie ihr meine Tweets retweetet oder wie ihr mir auf Facebook schreibt und eure ganzen lieben Kommentare. Ich lese das manchmal und fühle mich einfach so viel besser. Und ein Herz an jeden von euch da draußen. Ich freue mich wirklich, dass ihr so hinter mir steht. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Und ich hoffe einfach, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr ein 50 Things About Me Tag macht, dann lasst mir doch unten eine Videoantwort. Ich schaue ihn mir gerne an und mich würde wirklich interessieren, was eure 50 Macken und Angewohnheiten sind. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!